So Pyros, wir zünden jetzt mal hier die neuen Baby-Raketen von Funke Alle drei verschiedene Sorten die es gibt Wir fangen ja an mit den Baby-Raketen Silberknüster Das ist mal ein einzelne und dann machen wir ein paar mehr Okay, schöner Schweif, aber Quackling Jetzt machen wir noch ein paar mehr, probieren es Da kriegt man halt schön scheiße drauf, ne? Weiter geht es mit Baby-Raketen Quackling hier Erstmal wieder eine einzelne Ja gut, war jetzt leider wie die davor, bloß ohne Schweif, muss ich sagen Jetzt noch mal ein paar Ja, die sind schön geflogen Auf der Masse sind die halt besser Ja, da wisst ihr was wir mal vorhaben Und jetzt zum Schluss Baby-Raketen Titan Salute Ich finde ja die meisten am besten Wir werden mal sehen, was wir dazu sagen Aha Jetzt wird ein lager Quackling-Stamm Einfach und jetzt nochmal ein Front Da geht einfach irgendwo los, die Salute Also, man muss schon sagen, wir sind über Knüster Da ist der halt mit am sinnvollsten Weil halt schöner Schweif und auch Quackling Und der Rest ist halt ein bisschen abgespeckt Aber eine Variante, muss man sagen Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare Und sehen wir uns beim nächsten Video wieder Euer Effects Baby Auf Wiedersehen